guten tag man ich arbeiten will bei burger und damit hi leute und herzlich willkommen zu einer weiteren leckeren folge wobblies live let's play mit der wunderschönen gurke wir sind einmal hier beim burger restaurant angekommen ich habe ewig darauf gewartet auf diesen job ich habe mich ein bisschen verkleidet als pizza boote damit ich ansatzweise angenommen werde hier bei dem burger laden und ja wir sind hier in der nähe vom taxi job und rubber band games und ja hier steht dieses riesen burger logo also seht ihr sogar wenn ihr bei omi zu hause seid also ja hier könnt da relativ leicht hin finden hier ist ein ausrufezeichen in seinem wunderschönen kochtopf auf dem hut oder wie man das auch immer sagt wir schauen mal wie das ganze hier läuft auf dem förderband leute also wir müssen die order lesen die dann hier ausgehängt werden alle wichtigen zutaten auf das förderband legen den button drücken also den knopf und dann wird der burger serviert sehr nice wir nehmen direkt an und schauen oh jetzt sag mal wir wollen direkt aus büchsen also die erste bestellung steht hier das ist ein burger brot also zwei brot einmal unten einmal oben unten patty unten käse also ganz normaler cheeseburger das können wir schaffen auch diese verkrönelte musik gläude finde ich auch sehr gut krieg so einmal der patty noch ey ich will doch kein patty abgeben und nee jetzt wird es doppelt so schwierig auch leute was habe ich jetzt gemacht ich wollte den patty nicht abgeben jetzt hat er die bestellung als falsch erkannt oh nein so noch mal ein patty und dann brauchen wir noch mal einen käse oder wie läuft ja noch mal einen käse also die leute die mögen käse genauso wie ich okay und dann drücken wir auf den knopf passt alles rein wunderbar dann schauen wir mal was hier draus wird aus dem bergamatik 2000 und ah kann es sein dass das fleisch ein bisschen schokoladen soße enthält naja die leute sollen fressen was sie wollen perfekt jetzt haben wir einen burger und den zweiten burger machen wir so mit allen zutaten ja dieses burger brot hat auch die besten tage schon hinter sich achtung hier kommt die burger gurke 3007 so ein patty also von jedem eins noch außer von dem brot und patty jetzt aktuell so patty drauf perfekt dann noch eine tomate lecker perfekt und ein salat stimmt salat das sind wir alle leute geil weil ihr wisst ja ich bin gurke und dann gibt es noch apfel und drachenfrucht und whatever so dann würde ich sagen wir haben alles drücken wir einmal hier drauf bin gespannt was rauskommt hoffentlich kein allzu verschimmelter burger und warum ist der schief naja aber ich finde der sieht nice aus und abgeben let's go nächster burger nochmal so ein double cheese ding können wir hier direkt mal zwei käse schon mal nehmen und drauf aufs förderband dann nehmen wir einmal ein patty sehr gut eins plus mit sternchen ähm zwei patties äh ne ja doch hab ein patty vergessen ach ach gut so geht's auch ich glaub das ist dann nicht ja doch es ist gescheit drauf okay dann brauchen wir jetzt ähm eigentlich nur noch die brötchen das eine brötchen hat sich da hinten in urlaub gegönnt ach du perfekt so ich weiß ja nicht ob pizza konkurrent von burger ist aber ich hoffe mal die sind nicht allzu sauer wenn ich hier mein pizza kostüm auftrete perfekt ich bin ein burgermann und drauf liegen und eine weitere bestellung wird durchgegeben perfekt alles rein wir haben nur noch 30 sekunden einen weiteren burger schaffen wir dann nicht mehr aber der wird hier nochmal schön durchgerüttelt und dann können wir den abgeben nice ich hoffe ich hab alles richtig gemacht weil sonst blamiere ich mich perfekt einen weiteren schaffen wir nicht mehr ähm ja wir können eigentlich direkt mal lieben und schauen oh 36 ja Leute man kann drüber streiten wie hab ich da geparkt ist mir jetzt erst jetzt aufgefallen ne wir können es hier beim Kino abgeben 36 dollar ich weiß ja nicht ist ein bisschen wenig für jeden burger bekommt man zwölf aber es ist wahrscheinlich genauso wie beim ice cream job ähm wie da muss man man muss einfach können und dann ist es so easy und man hat just 50 dollar was jetzt in meiner gurken region nicht allzu viel ist weil wir haben ja schon deutlich mehr verdient zum beispiel beim möbel job genau ja wir machen es einfach nochmal weil ich habe natürlich für euch noch was legendäres vorbereitet und zwar nehmen wir ihn an ich habe ja in der da verfliegt hier immer das brötchen ich habe ja in der letzten folge angekündigt in der letzten richtigen let's play folge also nicht in dieser das geschah die tage in wobblies live folge sondern in dem in der zwanzigsten wobbly live folge genau dass heute noch ein pet secret kommt beim burger habe ich mich mal reingelesen da gibt es einfach ein secret wo irgendein burger pet oder so da also da kam irgend so ein post da im pet shop von so einem verkokelten burger junge den verkokelten burger machen wir jetzt mal nach wahrscheinlich müssen wir ihn einfach zweimal reinschieben wie es da auch stand wäre ja auch unlogisch wenn sie da was schreiben und das stimmt nicht also nicht wobbly live das war irgend so ein spieler da dann nehmen wir noch ähm käse also da müssen auf diesen burger ganz wichtig wenn ihr das secret bekommen wollt das secret pet müsst ihr alle zutaten einmal rauflegen das war na patty fast vergessen also tomaten und patty sehen hier relativ ähnlich aus gell oh muss die nicht verwechseln so und jetzt können wir den reinschieben achtung leute es passiert noch nichts ich war jetzt gerade ein bisschen rührt so achtung leute es passiert nichts so da ist hier der burger mit allen zutaten und dann müssen wir den einfach nochmal reinschieben und dann wird der verkokelt dann müssen wir jetzt das pet bekommen bitte drückt uns die daumen ja spider burger pet let's go war eigentlich gar nicht so viel arbeit können wir den ein ah ne es war die falsche bestellung den nehme ich dann später mit lol leute sehr nice übrigens ich war die letzten tage bei einem fast food restaurant und da habe ich auch ein bisschen burger gegessen ist mir gerade so eingefallen hier ist ein verkogelter burger ihr könnt ihr mal in die kommentare schreiben welchen burger ihr besser findet den verkogelten burger hier hallo hier rechts von mir oder den burger den ich jetzt hier einblende genau könnt ihr gerne mal abstimmen aber ich glaube der burger ist nicht mehr zu gebrauchen aber wir werden jetzt einmal quitten wir kriegen natürlich null dollar weil wir haben ja verbrannten und die falsche bestellung und so ich habe hier direkt schon mein auto geparkt dass wir jetzt mal zum pet shop fahren können und schauen wie dieses neue pet aussieht übrigens leute jetzt fange ich hier schon wieder ein bisschen früher an man kennt mich der schnee ist raus das finde ich schade weil es ist ja erst ähm wo ich aufnehme der 7. januar und da kommt der schnee meistens erst also meistens schneit es irgendwie dann noch im märz rum oder was weiß ich deswegen ich finde es ein bisschen ganz ganz komisch also ich kann verstehen wenn sie die weihnachtsmänner äh die weihnachts zuckerstangen und so raus patchen weil ich meine weihnachten ist nicht mehr das ist klar aber schnee können sie doch noch lassen weil ich meine also jetzt ich will keinen kritisieren wer es auch so meint so zum beispiel in kanada aber da könnten sie auch ja ich will gar nicht drum reden nur ich finde es halt schade dass wieder gras ist also gras ist immer drunter ach ihr versteht schon was ich meine einfach kein schnee mehr da schau mal Leute hier ist ne burgerspinne mhm alles klar die heißt petting what's even in a thing ok we warum mag die den postmann am liebsten jagen ich verstehe es ja nicht ich würde mir das pet eigentlich gerne hier ah weiß nicht sieht es in grün gut aus könnt mal gerne abstimmen ob ich mir das pet kaufen soll weil es gibt noch so viele pets hier ähm zu unlocken zum beispiel auch noch das unspeakable pet und was weiß ich das ist super viel Arbeit noch deswegen Leute wir ähm können die ganzen pets erstmal freischalten wie auch noch das ghost pet und das pet hier das könnten wir eigentlich noch in der nächsten folge vielleicht machen mit apfel dann wieder finde ich auf jeden Fall nice wenn das geht weil die quest man muss dafür glaube ich weil ich kann mir nicht anderes vorstellen was man beim atom job noch bekommt bei 50 fässern die man insgesamt eingefüllt hat dann kriegt man das pet glaube ich weil wir schalten erstmal wie gesagt ich sag es jetzt nochmal alle frei und dann schauen wir welches pet wir uns holen was am coolsten ist wir haben jetzt mal das spider pet schon mal freigeschaltet es warten noch drei vier fünftausende pets auf uns und das war es auch schon mit dieser folge ich hoffe euch hat es gefallen ein bisschen burger zu braten mit dem pizza mensch hier der kann deutsch kann und ciao ibau 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 bis dann bei weiter bis dann bis dann bis dann bei